So, dieses Video ist für meine Schwester Smart Hair Art, einfach der allerbeste, wenn es um Frisur und Style geht. Ihr solltet sie mal abchecken, es geht richtig ab. Smart Hair Art, am besten gebt das bei Facebook ein, wenn ihr nicht schon sowieso schon drauf seid. Schaut euch das an, die Bilder, die Haare, die sie gemacht hat, den Styling, wow! Und da ich viele Frauen sehe auf der Straße, überall, die echt das mal nötig hätten, gebe ich euch den Tipp, geht da hin, macht das und wow! Am besten schreibe ich euch das nochmal auf, wie sie genau heißt, damit ihr es drauf habt. Und dann geht's ab. Smart Hair Art. Smart Hair Art. Also, merkt euch das. Bye.